Große Selbstbewusstsein, zu dem ich gratuliere. Hannah Bonekamp, herzlich willkommen. Und Professor Gläske, Arzneimittelexperte von der Uni Bremen, ist auch bei uns im Studio. Aber ich glaube, dieses große Selbstbewusstsein, mit dem Sie auftreten, mit dem Sie sich ja auch jetzt im Grunde täglich auf Instagram zeigen, das täuscht auch ein bisschen drüber weg, dass Sie gebraucht haben, diesen Schritt zu gehen. Ja, absolut. Also Sie sind nicht sofort mit diesen Fotos rausgegangen, nachdem die Haut sich so veränderte, oder? Wie lange hat es gedauert? Ja, das war natürlich ein Prozess. Ich musste zuerst selber damit klarkommen. Bevor ich damit auch in die Öffentlichkeit gehen konnte, klar. Ich hatte erst mal diese Haut und habe mich auch auf Instagram richtig ein bisschen zurückgezogen. So um Weihnachten herum war es richtig still bei mir, was recht ungewohnt auch für mich war. Aber ich habe mich dann damit auseinandergesetzt, wie geht es mir, warum ist das so, es muss was passieren. Und bin dann auch einfach damit rausgegangen und habe gesagt, meine Haut ist so schlecht, ich werde jetzt meine Ernährung umstellen und mich ungeschminkt zeigen und dabei bleiben. Sich selbst zuliebe? Oder sollte das auch so eine Art Vorbildfunktion dann einnehmen kommen? Also ich habe eigentlich nicht darüber nachgedacht, ich mache das jetzt, damit mir jemand nacheifert, überhaupt gar nicht. Ich habe einfach nur gedacht, wie kann ich meine Bilder posten mit strahlender Haut, wenn alle wissen, es ist nicht so. Selbst wenn ich mich geschminkt habe, sieht man das ja einfach. Und deswegen habe ich gedacht, ich muss die Wahrheit sagen, wie es mir selber damit geht und sagen, meine Haut ist so. Und der erste Post, das war richtig Überwindung. Das Foto hatte ich schon gemacht, aber ich hatte das bestimmt zehn Tage oder so auf dem Handy und so überlegt, mache ich es, mache ich es nicht. Aber gute Entscheidung, weil es ein Thema öffentlich macht, über das wir, Professor Gleiski, hier auch durchaus schon gesprochen haben. Sie haben sich auch bei anderer Gelegenheit schon darüber erregt, dass die Pille als eine Art Kosmetikprodukt verschrieben wird, macht schöne Haut, macht schönes Haar. Wie finden Sie sich das jetzt ausgerechnet Model so offen thematisiert, dass das mit dem Körper etwas was macht? Ich finde das erstaunlich. Aber es ist in der Zwischenzeit, wir haben dazu auch eine Studie gemacht, auch ein gewisses Umdenken bei Frauen zu beobachten. Also wir haben eine Studie bei 820 Frauen gemacht in der Uni Bremen und es zeigt sich, dass etwa ein Viertel danach gesagt hat, das war übrigens nach den Sendungen, die wir hier hatten und nach dem Pillenreport, den wir publiziert haben, dass etwa ein Viertel der Frauen gesagt hat, wir wollen weg von der hormonellen Verhütung. Wir wissen, dass es Gästergene, dass es Östrogene sind. Wir wissen, dass es unerwünschte Wirkungen gibt, die auch dramatisch sein können. Seit zwei, drei Jahren wissen wir, dass es nicht nur Thrombose, nicht nur Lungenembolien, nicht nur Probleme sein können, die auch mit Gefäßen zu tun haben. Wir haben ja hier gesehen auch, dass es um Herzinfarkte bei jüngeren Frauen geht, um Schlaganfälle, sondern dass jetzt auch Depressionen bekannt geworden sind. Also nicht nur depressive Verstimmungen, sondern auch Depressionen und Selbsttötungsaspekte, also Selbsttötungsgedanken. Also auch das kann lebensbedrohlich sein, muss man deutlich so sagen. Das ist etwas, was in der Zwischenzeit auch in den Beipackzetteln demnächst stehen muss. Das ist im letzten Jahr entschieden worden. Und insofern muss man einfach sagen, dass ich immer darauf achten muss, dass die Pille, und das ist mein wichtigster Punkt, ja an junge, gesunde Frauen verschrieben wird. Und ich muss mir das gut überlegen, wie die Risiken sind und was ich sozusagen mit der Gesundheit von den jungen Frauen mache. Und das natürlich auch. Natürlich ist das, dass die Versuchen, die Pille ein sehr zuverlässiges Verhütungsmittel ist. Das ist genauso, Herr Laschka, dass wir uns auch angesprochen fühlen als Männer. Warum gehen wir immer davon aus, dass die Frauen die Pille nehmen, wenn es um Sexualität geht? Das heißt, wir müssen insgesamt darüber nachdenken, dass nicht nur die Frauen dafür züchtet. War denn Verhütung das Argument mit 14? Oder war es eigentlich tatsächlich der Gedanke, man kriegt auch die Akne ganz gut in den Griff? Ja, es war so, dass ich das für die Verhütung bekommen habe damals. Aber ich wollte natürlich, dass meine Haut dadurch schön wird. Und ich wusste das von Klassenkameradinnen. Und die haben auch gesagt, ja, nimm doch die Pille, dann geht das alles weg. Okay, ja, gute Idee. Also das wurde schon als Wundermittel gehandelt. Ja, ja. Hat Ihnen dann aber auch ganz schnell Nebenwirkungen eingebracht, in Ihrem Fall Brustschmerzen? Genau, Brustschmerzen, das hatte ich sofort. Aber ich bin davon ausgegangen, mit 14 ist das normal. Wachstum, Hubertät. Und das dauert ja auch eine ganze Weile. Bis 18, 19 und dann mit 21 denkt man so, na ja, gut, vielleicht. Aber darüber haben Sie sich dann nicht mit Freundinnen ausgetauscht. Das heißt, Nebenwirkungen der Pille waren nicht so ein heiß gehandeltes Thema auf dem Schulhof. Nee, Nebenwirkungen wurden nicht so besprochen, das stimmt. Es wurde sich mehr so über Dinge beschwert, die halt so normal für Frauen sind. Zellulite zum Beispiel, sowas, was einen stört, was aber vielleicht mal aufgefallen ist. Also bei mir zum Beispiel ist das etwas, was mir jetzt im Nachhinein erst auffällt, dass es fast weggegangen ist. Ich meine, ich hatte vorher nicht starke Zellulite oder so, aber ich hatte sie. Und jetzt ist es halt fast weg. Also auch durch diese Wassereinlagerungen, die ja auch gerade schon angesprochen wurden. Da sind viele Sachen, die man nicht beachtet, die dazugehören. Sie empören sich über diese Haltung, Mensch, das ist doch auch ein prima Kosmetikprodukt quasi, obwohl es eigentlich Hormonhammer sind. Also das ist schon ein Eingriff in den Hormonhaushalt. Haben Sie denn das Gefühl, so langsam verändert sich da auch mal ein bisschen bei den Ärzten, auch bei den Herstellern das Bewusstsein? Also ich habe ja einen Murmeltiertag heute. Wir reden, glaube ich, schon das zweite, dritte, vierte Mal darüber. Aber man kann nicht oft genug darüber reden. Also ich glaube, bei den Herstellern ändert sich nicht besonders viel, muss man leider sagen. Bei den Ärztinnen und Ärzten sind schon Veränderungen eingetreten. Auch dort haben wir Frauen befragt, wie werden sie aufgeklärt. Das ist noch immer nicht besonders toll. Also mehr als 50 Prozent der Frauen haben uns gesagt, wir sind überhaupt nicht auf solche Aspekte hingewiesen worden. Dass man eben zum Beispiel Gewicht zunimmt. Zwei bis drei Kilo ist vielleicht normal, aber es hängt auch mit der Pille zusammen. Brustspannungen sind durch das Östrogen in der Pille gekommen. Aber auch andere Dinge, dass man gesagt hat, Thrombosen. Man muss doch mal wissen, was eine Thrombose ist. Wir haben bei manchen Ärzten leider nachfragen müssen, ob sie wissen, wie man das diagnostiziert. Man hat dann bei den jungen Mädchen, weil sie Schmerzen in den Oberschenkel hatten, hat man Schmerztabletten gegeben oder man hat bestimmte Dinge gegeben, die man bei Sportlern gibt, weil man gesagt hat, du hast wohl zu viel Sport gemacht. Also es ist immer sozusagen so eine Diskussion darüber, wie stark muss ich tatsächlich aufklären. Und aus rechtlicher Sicht, das muss man wirklich auch den Ärzten sagen, aus rechtlicher Sicht können sich die Ärztinnen und Ärzte nicht auf den Beipackzettel zurückziehen. Das heißt, es gibt eine Aufklärungsverpflichtung. Sie können nicht sagen, das steht auf den Beipackzettel. Sie sind verpflichtet, persönlich aufzuklären. Und insofern ist es insbesondere bei der ersten Verordnung, denn das ist ja oft eine Pille, die über Jahre dann auch genommen wird, bei der ersten Verordnung so notwendig, dass man auf die unerwünschten Wirkungen hinweist und dann nochmal darüber spricht, ob man wirklich diese Pille dann auf Dauer nehmen möchte. Sie wollten ein positives, selbstbewusstes Beispiel geben. Ich glaube, ganz kurz zum Schluss, Sie sind sich in einem einig, wenn man sich dazu entscheidet oder wenn Frau sich dazu entscheidet, die Pille abzusetzen, dann aber bitte nicht heimlich, still und leise, sondern auch mit ärztlicher Begleitung, oder? Also auf alle Fälle. Man sollte das mit dem Arzt, mit der Ärztin besprechen. Man sollte es übrigens auch besprechen, wenn man Pillen verändern will. Es gibt ja unterschiedliche Pillenarten. Es gibt ja sozusagen die Elternpillen, die eigentlich vom Risiko her niedriger sind als die neueren. Auch das ist ja fatal. Also auch wenn man solche Dinge verändert, sollte man mit der Gynäkologin, dem Gynäkologen sprechen und nach einer Lösung suchen. Und möglicherweise liegt die Lösung auch darin, dass man keine hormonell wirksamen Verhütungsmittel mehr nimmt. Aber wie gesagt, es gibt auch die großen Zaubermittel der Mechanik. Also da kann man auch anders verhüten. Das sollte kein Geheimnis sein. Uns interessieren Ihre Erfahrungen mit der Pille. Also mit Nebenwirkungen, aber auch mit den Erfahrungen, was passiert, wenn man die Pille absetzt. Hat der Arzt aufgeklärt? Das sind Aspekte. Schreiben Sie uns gerne jetzt dazu Ihre Erfahrungen an pille.atstern.tv.de. Da haben wir eigens eine E-Mail-Adresse eingerichtet. Auf stern.tv.de übrigens auch ein großes Informationspaket zum Thema Anti-Baby-Pille. Da hat Herr Gleske auch schon viele Fragen von Zuschauerinnen beantwortet. Das ist sicher ganz aufschlussreich. Ja, wir erleben heute übrigens in der Sendung so ein bisschen, dass die Welt der Mode und der Models nicht nur aus Oberflächlichkeit bestehen muss. Gleich kommt Michael Michalski, Ex-Topmodel-Juror zu mir, um über seine enge Freundschaft zu Karl Lagerfeld zu sprechen. Aber erst einmal ganz herzlichen Dank, dass Sie uns diese Offenheit gezeigt haben. Hanna Bodenkampft. Viel Erfolg weiterhin. Danke Ihnen für den Besuch. Und Professor Gleske, vielen Dank. Danke schön.